Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, seit langem mal wieder her. Ja, ich weiß. Sorry dafür, aber ich war zehn Tage in Urlaub und dann habe ich noch fünf Tage lang gechillt und war faul. Sorry dafür. Ähm, ich habe eine neue Maus, die Rocket Crown XTD und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit die. Ich lerne gerade Maus abusen, was ich dabei noch nicht so gut kann. Ich schaffe dabei nur so fünf bis zehn Klicks. Ja, das ist, ich weiß, es ist noch nicht so toll. Und dann tue ich nebenbei noch ein bisschen Briefly lernen. Das kann ich auch noch nicht super oder fast gar nicht. Nächste Woche werde ich vielleicht livestreamen, wenn alles super funktioniert. Also ihr wisst ja letztens bei meinen vorigen Livestreams hat es mal gelegt und meine Verbindung war halt nicht so toll und das hat keinen Spaß gemacht. Ich probiere es mal auf Twitch. Keine Ahnung, warum. Ich will es einfach mal probieren, ob es da vielleicht cooler ist oder so. Oder chilliger. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich es auch auf YouTube wieder. Keine Ahnung. Und schaue, ob das da funktioniert. Ich hätte eine bisschen bessere Verbindung. Und jetzt schaue ich, ob ich da besser Livestreamen kann, weil wer bei meinen vorigen Livestreams dabei war, er hat es halt geleckt. Und super. Das war scheiße. Ich weiß, sorry. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ich spielen könnte, ob ich weiter Battle spielen soll oder mal andere Spielmodi spielen soll. Und wenn ja, dann schreibt mir mal ein paar Spielmodis und schreibt mir ein paar Themen, was man unter dem Let's Play reden soll. Weil ich weiß nicht, soll ich jetzt sagen, oh ja, jetzt baue ich mich. Jetzt sind wir bei den. Jetzt springe ich auf ihn rauf und holen sein Bett. Oh nee, ich bin noch runtergefallen. Hilfe. Ich weiß nicht. Ich finde das ein bisschen komisch. So Themen wäre auch ganz... So, draufgespuckt. Ne, Themen wären auch ganz nice, wenn ihr mir ein paar vorschlagen könnt. Das war's, glaube ich, von meiner Seite her jetzt. Also schreibt das bitte in die Kommentare. Abo nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Müsst aber nicht. Aua, jetzt hat ich gerade von meinem Gelenk geknackt. Egal. Also mich würde schon freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und liken könnt ihr, wenn ihr wollt. Zeigt mir nur, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ich lasse das Spiel im Hintergrund jetzt noch fertig rennen. Und ja, das war's von mir. Schönen Tag noch. 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 Herr Hahn ist wieder. Herr Hammer ist selten. Schönen Tag noch. Wir haben uns Verabboroughwoman很好. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020